Ich bin, glaube ich, sogar ein Ticken schneller oder so, weiß ich jetzt auch nicht genau, egal. Da ist er doch schon bald, über der Wüste. So. So, ich mach ihn auch mal weg, oder? Äh, geil. Ah, egal. Ich muss das denn wieder zu der Seite stehen. Das hat die Späude. Ich denke mal, ja. Also, ich mach gleich vor, die Brotten hat. Oder die Zweite hier. Vielleicht kommen da nicht auf. Aber wahrscheinlich gleich auch über 30 Minuten. Oh, das ist ja auch mal. Buff, die da umheilen. Oh, das ist ja auch mal. Oh, das ist ja auch nicht. Oh, das ist ja auch nicht. Oh, das ist ja auch nicht. Das ist ja auch nicht. Eine Aile, oder? Scheiße, du hast du schon mal weg. Was ist ja auch nicht? Aua! Aua! Heilung! Heilung! Ich hab doch gedrückt! Arschlecken! Da hab ich noch den Debuff! Egal! Ja! Ich bin tot! Der steht immer noch da! Der wird nicht despawnen! Ah, das ist wieder. Oh, das ist wieder. Was macht der denn für ein Damage auf einmal? Jetzt habe ich mir Kappa angezogen. Ist die eigentlich gerostet oder was? Nee. Egal. Ich bin jetzt auch nicht raus. Ähm, BUFF! Ah, das ist ein Arschloch hier. Oh, das ist ein Arschloch. Oh, das ist ein Arschloch. Oh, das ist ein Arschloch. Ja, Mann, was macht hier für Damage, ey? Jetzt irgendwelche Updates. Egal. Boah, wie ich auf meinen Notebook. Duhm, 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 ähhhhhh. Ich auch. Ich hab die Baffe gewohlt. Duhm, 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 duhm. Und das schon Interesting. Duhm, duhm, ich mache das Matze. Das war's für heute. Das war's für heute. Wurde selber. 10 Sekunden noch. Achso, er ist down. So, und dann. Solar Fragment. Moment, da muss ich auch mal gucken, ob ich da noch andere Fragmente hab. Hm? Solar Fragment. Das war's für heute. Das war's für heute. So, das sind die Neuche. Totenstein, genau. Das ist ein Einbliefvogel. Das ist ein Einbliefvogel. Der ist ein Einbliefvogel und ein Einbliefvogel. Der kann man in der Zeit zu sehen. Der kann man in der Zeit zu sehen. Sooo... Das war die Tante. Ach, da ist... Oh ja, er hat ja keinen Shop. Mh... So, was kann man verkaufen? Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Ach komm. Ich glaube davon habe ich auch mehr genug. So, jetzt noch einer Banner. Mal eine Banner. Hübel. Maschinen. Das kann auch nicht so viele, oder? Ach komm. Weg damit. Heilemaschungen. Dann weg. Der Sweet habe ich auch genug. Äh... Davon werde ich auch ziemlich viele haben. Hudi, dann gucken wir noch mal, ob da noch Engel liegt. Da wo er gekehlt wurde, die Engelskirche war... ... 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 Was war das für ein... Nebula-Fragmentel? Ja, da brauch ich auch noch ein paar. Gleich hier. Oh, was haben wir denn noch für welche? Den lassen wir mal auf jeden Fall stehen. Verdrücken wir auf den Vortex-Pillar. Pillar... Bar... Na ne, nicht da rein. Da ist ja... Da ist ja... Da ist ja... Mein... äh... Guide! Ja... ...nach... ...nach... ... unterstale aus Ä... ... unterstale aus... ... ...nach... ...nach... Das war's für heute. Ohne, dass ich noch was vom unnordigen traufe. Aber ich meine nicht, du wirst nicht, was eng nützlich ist, um bessere Chancen bei dem zu haben. Hö, hö, hö. Hö, 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 hö. Hö, 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 hö. Hö, hö, hö. Hö, hö, hö. Hö, hö. Hö. Hö., hö. Ah, distorted! Wer wird dir überhaupt getortet? Alles klar! Ja komm, dich klatsch ich auch noch auf die Seite! So, äh, sind die Taschen wieder voll oder warum? Nö. Vortexfragment. Gut, äh, dann kicken wir doch mal! Sooooy! Ah ja, da wollte ich hin. Da kann man auch mal die Flügel wieder benutzen. Da hat man die schließlich nicht da erkämpft. Obwohl man die eigentlich gar nicht mehr braucht. Crafting. Das wäre hier ein Hornspanner. Was kann man so alles bauen daraus? Ein Super Healing Potion. Mh mh. Oh ja, aber alle vier. Vortex Fracken Block. Ein Lunar Hook. Der ist gleich mal so schlecht. Das wird nicht vielleicht die erste Wahl sein. Vortex Racken Block. Vortex Racken Block. Vortex Helmet. Das war die Illuminate Bar. Das ist die X. Ah. Das ist auch... Racken Block. Ich weiß, die Waffen sind interessant. Da war die Flügel, die Biolamentel, Moment, Vortex Booster, Flight, Papillon ist schon Lieber, Solar Wings, genau, so, ich wollte mal nach Waffen gucken, äh, ja, genau, Daybreak, Solar Flampic X, ja, die scheite Waffe braucht nicht, aber Vortex weiter schon mal. Ja, Nebula. Hm, Magic Damage, schicksalisch das, ist auch schon mal besser. ich habe ich davon achtzehn Äh, ja, Punkt, dann um. Das war ein Neb-Jun-Lamen, du... Okay. Hm, da muss ich mich mal in Ruhe erkundigen, was die bringen. Nebula... Okay... Dann sortieren wir mal ein paar Wände ein. Moment, nooo... Da! Ah ja, doch, die Pilze werden auch einsortiert. Das ist doch mal nett. Bum, 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 bum. Cool-Ride-Banner. Banner, Banner, Banner. Wollen wir die Banner? Ich glaub, die Wann wohnen. Banner... Eben? Mancher Zeugs hab ich doch auch, du kiesst doch mindestens eine. Ja, da kämen wir jetzt mal schön ein. Die Träcke behalte ich mal, falls ich mich dazu entscheide. Nach dieser Folge noch mal was weiteres zu machen. Äh, Boss-mäßiges. So, ich würde sagen, die Rüste können wir eh noch nicht bauen. Ich kann aber schicke Waffen bauen, gleich, nachher, später, überhaupt. Und so. Das heißt, ich mach hier erstmal nen Cut oder Break. Und spende die Folge mal hier. Äh, mit einem bis zum nächsten Mal. Und ich verabschiede mich wie immer mit einem. Bis dann, dann.